Komm schon. Nice. So. Da hinten ist noch einer. Den hätten wir. So. Sorgen wir mal dafür, dass die Leute uns in Ruhe lassen. Ist zwar sehr fies. Aber dann ist das so. So. Ah, okay. Ah, hier ist eine Ration. Nice. Ich habe mir schon fast gedacht, warum kommen wir denn hier hoch? Ah, da hinten ist noch ein Soldat. Ah, komm, jetzt schnappe ich mir jetzt auch noch mal. Nice. Ei, 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 ei. Oh, guck mal, hier. Okay, Mosi-Munition. Auch nicht schlecht, dass wir das jetzt kriegen. Aber wir müssen auf die C3 ausrüsten. Wo ist der? Da. Ähm. Und zack. Komm schon. Nice. Ei, 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 ei. Irgendwann, dass wir hier immer aufräumen müssen. Erstmal schön alles clearen hier. So. Nummero 1 ist angebracht. Nummero 2. Oh, okay. Alles klar. So. 2 von 4. Gucken wir mal, ob wir das jetzt... Oh, okay. Das kriegen wir doch schon mal gut hin. Zack. Ah, ne. C3. Nummero 1. Nummero 3. Okay. Nice. Okay. cool. Tsch". So. Yeah. Okay. Okay. Got you this time. Das war's. Alles klar, raus hier. Oh, oh, oh. Na, das Zorro ist immer dabei. Der macht sich daraus einen Spaß. Auch immer schön speichern. Die Frau ist verletzend. Diese Frau ist verletzend. Die Frau ist verletzend. Als sie verletzend wurde, schau mal was wir auf sie gefunden haben. Der Philosophers' Geschichte. Das Mikrofilm hat nur Informationen über die Vergangenheit. Du kannst sagen, dass das Film selbst ist der Philosophers' Vergangenheit. Es war das Geräusch, der sie weggebracht hat. Nein, nicht das Geräusch. Es war Gasoline. Motorcycle Gasoline. Sie reekte es. Denken Sie, dass die Tatjana so eine Spie war. Wir haben dieses Radio mit ihr, auch. Sie war so eine gute Frau. Sie war so sehr. Sie war so sehr. Sie war so sehr. Sie war so sehr. Sie war meine sehr wenige Pette. Ist das richtig? Bistur! Was war das? Hast du etwas zu sagen? Geh zur Hölle! Geh zur Hölle! Ich habe genug von dir geschenkt. Ich sollte es wissen, Sokolov war nicht genug genug, um so zu lieben zu sein. Just wie die KGB, um zu senden etwas so schönes, aber so zu schrecklich. Was ist das Philosophers' Geschichte? Sehr gut. Ich werde es erklären, bevor ich Sie töten. In der letzten Wurrehe, die größte Menschen in Amerika, China, und der Sowjetunion hatten ein secret Pact. Das Pact war ein Blueprint für die Krieg des Axis und eine neue Weltkriebe. Für die Krieg in der Wurrehe, die drei Länder poolen ihre Ressourcen für die größte die größte von Operationen und Forschung. die Atomische Bombe, die Ressourcen, die Ressourcen, die Ressourcen, die Kobra-Unit. in Deutschland die Ressourcen, die Ressourcen, in die Ressourcen, enough to fight the war five times over. That wealth is the philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. But that worthless fool, Granin, failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog, Sokolov, and his invention, the Shagohad. My position in Gru made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one. But the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength. An unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohad and the Cobra unit. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohad and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Leave everything to me. Fight like a warrior, Volgen. But of course. Let me face him. I've been waiting for this moment. Time to get even. No more judo. And no more field strips. Enough of this. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel. Let me- Silence! Silence! Huh? Silence! Sorry for the delay. Let's get started, shall we? Let's get started, shall we? This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. Let's make it a good one. Let's make it a good one. Ah! Ah! Es ist nur du und ich, jetzt. Und ich werde das Spaß machen. Snake! Und ich werde das Spaß machen. Ich werde das Spaß machen. Ah, alles klar. Ow, 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 ow. Alles klar, erst mal auf die Fresse geht. Aua. Oh. Ow. Ich hab richtig, ich krieg hier richtig. Hallo. Au. Okay. Oh, lol. Okay. Ah. Okay. Oh, Mann. Alles klar. Okay, ich kann ihn nicht hochklettern. Wär auch so schön gewesen. Alles klar. Ja. Aua, 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 aua. Ähm, ne. Okay. Da fangen die Kugeln ab, leider. Aua, 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 okay. Alles klar, und aua, 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 aua. Ah, ne, der steht unter Strom, das wäre jetzt keine gute Idee gewesen. Aua, 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 aua. Erstmal unter Hellmittel gucken. Schusswunde. Äh. Nice. Was hab ich denn da? Oh, ne Schusswunde. Okay. Uff. Okay. Komm her. Ah. Aua, 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 aua. Komm schon, drauf zu blitzen. Alles klar. Komm schon. Ach ja. Einfach aufhören. Warten bis, bis der aufhört zu blitzen. Aber langsam und sicher geht uns aber die Zeit flöten. Au. Au. Aua. Au. was haben wir dann unterheilmittel schusswunde natürlich auch ein schusswunder so und so wenn ich leben krieg wieder war das so geplant ich muss einfach nur überleben ok schütze 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 Ich bin Ihr Kommandant, Officer! Sie fragen sich meine Autorität an? Völgen Fight like a man Völgen Völgen ? Emergency explosives have been detected all non EOD personnel must evacuate immediately Ocelot find those bombs Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Ready for some more, Snake! Alles klar. Zweite Runde und so. Oh nein. Eieieieieieiei. Come back here. Oh, scheiße. Ah, fuck. Ach, jetzt muss ich alles... Oh. 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 Komm schon. Du flöder. Oh. Komm schon. Oh. Was? Alles klar. Oh. 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 Alla Na dann, natürlich Na warte mal Ich sterbe zwar sowieso gleich, aber Ne, man muss ja mal ein bisschen was gucken So, zack Hä? Knochenbruch Äh Äh, Schiene und Verband Nice Au Ich will mal was ausprobieren Ob ich mit den ganzen Granaten mal irgendwie weiterkomme, was das angeht Fire, Ocelot Nice Roll Noi Vielen Dank.